Im Seminar Getränkeschankanlagen werden die Planung sowie der richtige Aufbau von Schanksystemen behandelt. Dabei werden insbesondere die wissenschaftlichen Aspekte zur Schankphysik mit der Praxis kombiniert. Den Teilnehmern wird dadurch das richtige Handwerkszeug zur Verbesserung ihrer Schankqualität an die Hand gelegt. Mit der wichtigste Bestandteil des Seminars die Hygiene sowie die effiziente Reinigung von Schankanlagen. Ebenso kann die Ausbildung zur sicherheitstechnischen Prüfung von Getränkeschankanlagen gemäß dem DGUV-Grundsatz 310.007 erworben werden. Hierzu erfolgt eine Vermittlung der rechtlichen und sicherheitstechnischen Aspekte von Schanksystemen.